So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Portal 2. Ein Portal wurde gesetzt, das zweite auch irgendwo und wir sind mal gespannt was jetzt passiert. Okay, das kann durchfliegen. Du musst einfach hier die ganze Strecke befeuchten. Kennst du dich aus? Ja, die andere Frage ist erstmal, was machen die Knöpfe hier hinten und wo muss man hin? Also der lässt ein Cube fallen. Ah, okay. Na, bleib da stehen. Sag einmal, ich glaub es geht los. Ne, ne, geht nicht. Ach, der trifft ja gar nicht. Du musst, irgendwie musst du Schwung holen. Ja, das ist der Cube, der Cube. Und das andere macht Dings runter. So, und du musst irgendwo einen Schwung jetzt herholen. Soll ich schon da gehen? Den, den ich weiß, den ich weiß. Ah. Ja, mach weg, mach weg. Jetzt musst du noch die andere Seite. Ja, oder so. Scheiße. Also das Falsche. Nein. 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 Mach doch einfach das daheim. So. So. Ja, super. Jetzt holt man sich wieder hier Speeds. Speedy ganz alles. Aber mit was muss ich springen? Mit dem da, genau. Genau mit dem. Aber das muss ich dann wieder machen. Die Scheiße ist... Ja, und ich kann nämlich hier hinter rennen. In der Zeit. Und kann das dann drücken. In der Zeit? Ja, wenn du, äh, dann springst. Welches? Triffst du besser. Warte mal, warte mal. Warte mal kurz was testen. Okay, der Scheiße ist danach gesperrt. Ich würde sagen, ähm, das, das da. Das, das Dunkelblaue. Ja, ich warte noch, bis du so... Reaktiviere den ganzen Müll neu. Ne, bringt ja nichts. Ich muss in der Zeit dann durchgehen. Äh, hinterspringen. Deswegen ist ja die Fläche jetzt gefeuchtet. Na gut, reingekommen. Ah, fuck! Das zwar der falsche Knopf E. Okay, das kann ich auch rennen. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Komm, probier du mal. Ja, ich hab's gereilt. komprobieren du mal ja also ich will es schon warum habe ich den schwung gehabt ich habe einfach ich habe keinen schwung auf karl ach so jetzt richtig so bin einfach vielen dass der sack runter geflogen blumst das noch kurz warten dass es weg geht kannst du in der zeit hast du schon wieder reingekackt du musst drücken du hast dadurch reingekackt ja ok ich habe reingekackt wie soll das gehen werden alter ein hart mein mein neuer amal also haben wir eigentlich hier das befleck gehabt naja er bringt ja nicht die vier ja komm dann mach ich das halt noch piu 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 halt nicht in falsche richtung dann mach ich halt noch das andere piu 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 ich sehe mich tausendfach das ist scheiße ich bin grad ein bisschen verwirrt ich bin grad ein bisschen verwirrt das hat fast das war noch von davor ja aber es hat trotzdem fast gepasst das gibt jetzt ziemlich lang lange und dann muss ich noch du musst dann noch die kippen da schmeißen dann kann ich den kippen und runter bringen oh oh das war zu früh ich habe geblieben Rennen 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 es geht man auch nicht warten das ist geil ich habe gedacht man muss sie gleich gleichzeitig machen letztes Level ich glaube auf eine Million gute Test Subjekte kommt ein Monster die Menschenkammer liegt gleich hinter der Öffnung die Tür öffnet sich nicht obwohl ich den Code eingegeben habe ihr müsst nun also das manuelle Schließsystem direkt an der Tür bearbeiten wir haben beides wir haben beides wir haben hoffentlich auch gleichzeitig wow und da bist du tot da steht doch Pew Pew ja aber ich wollte wissen was das macht natürlich ist es jetzt weggesprungen aber der Cube ist weg they took me back to you naja man kann auch darüber springen rück mal auf den Knopf bitte ja ich mach schon du solltest vielleicht ein Portal da platzieren und hinter dir ah ok und dann auf den Knopf drücken und genau dann feier yay hey was wolltest du jetzt machen auf was hast du jetzt eigentlich gewartet was ich wollte ich muss erst zurückspringen ich hab ich kann mir nicht den Luxus leisten mensch 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 immer nur am beleidigen hier oh wir müssen hier lang das hab ich auch gesehen Alter wir müssen echt lang Leute da kann man ein Portal platzieren und jetzt ja und jetzt freut mir noch ein Portal ach guck eine an denkst du das geht? also ich bin hier unten ja das bringt uns wie viel? wieder hoch ja bestimmt auch wieder Sprung holen und irgendwo hoch äh dann noch hinspringen oh wir können auch da ich will was testen ich hab was ich hab was ich hab was ne du hast nichts doch ich bin drüben mann ah ich sterbe enttäuscht mich nicht findet die Tür zur Hammer nochmal das ganze von vorne machen ah komm ja du musst rüber kommen ich brauch dein Portal ich hab gesagt wir müssen rüberspringen und ich weiß es ganz genau wo nein ja doch doch ich muss doch platzieren sonst hab ich das nicht oder? und hier rüber da da unten und jetzt müssen wir wieder rüber ja fliegende Menschen ja yay ach was überhaupt ja ja uiuiuiui oh nice boah ey ich würd mal sagen weil jetzt das letzte Level ist sieht ziemlich nice aus ich hab das Gefühl das wird jetzt länger dauern das wird eine XXL-Folge im Notfall na da soll ich schon mal nicht hin overrides ähm wir hätten hier oben klappen die müssen ja pfff braucht keiner ja kommst du noch durch also da unten ist die Landplattform ich geh schon mal hier lang oh man kann auch diese Cubes anfeuchten was wir werden sie bestimmt schneller beziehungsweise springen höher bam 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 Lampe anfeuchten bringt sie ja total ich werd mal auf die andere Seite gehen mal gucken was da was ist ok hier kommt man nicht durch also hier muss da hier muss eben äh Cube drauf hier drüben hauptsache du überlegst was man machen muss aber ich schläge ja die ganze Zeit nur orangees Zeug durch die Gegend ok ok kam 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 die Frage ist nur wie geht die Tür auf die Frage ist nur äh kannst du mir mal gefallen tun ne und gegen diese Platte schauen da ist nicht was ist denn da da steht auch mal weit drauf weil hier geht nämlich ein äh Kabel lang und hier drüben auch ja da sind halt diese zwei Plattformen hier müssen wir da irgendwie dran kommen damit hier die Tür vielleicht aufgeht schau mal bei mir ja ich mach auch schon soll ich denn da hochkommen die Frage die mich quält ja ja das wird alles nach und nach jetzt irgendwie kommen ja ja okay wir müssen wirklich dort hoch in dieses scheiß Schalter drücken ja ich brauche mal kurz diese Schalter wir müssen dann ja wir müssen erst mal zu dir hin okay so du musst da eins platzieren damit ich da hochgeschleudert werde wo willst du jetzt eins platziert bekommen alter und direkt unter dir ach so hier das ist eine weiße Fläche das habe ich gar nicht gesehen ja da hast mir jetzt so viel hier schon noch Angst gemacht oh das war aber knapp wieso schafft man es nicht keine Ahnung das verwirrt mich gerade wieso schafft man es denn nicht man schafft es nicht oder warte mal so try it again irgendwie habe ich im Hintergrund als ob als ob battlefield äh als ob GTA läuft die Musik ähm ja ähm try it again nein knapp aber so ist es scheinbar nicht die Rätselslösung oder doch so ähnlich oder echt ne du musst doch ne warte mal auf welche Seite müssen wir überhaupt ich glaube hier drüben das das heißt du musst das hier immer weiter aus kalibrieren ne ich muss ne dagegen gelaufen okay da ist noch eine weiße Fläche äh es gibt eine Möglichkeit jetzt so hoch zu kommen mach mach nochmal mal da gibt es nämlich eine weiße Fläche da schieße ich einfach mal dran wenn ich hinkomme ja ich bin dran da ne 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 komm mal hoch du unfairer okay jetzt ist nur noch die sage fache sache ja guck mal hier drüben haben wir noch eine weiße Fläche ich bin weg ich bin weg also wir setzen ja wir müssen das hier unbefeucht das steht schon fest feuer okay aber so nicht okay das klappt denn nicht was wird das ach sind wir behindert ja sind wir ja oh ja falscher Knopf kommst du nicht doch kommst du man kommt einfach dann kann er einfach da durch springen ja das hat mich auch gerade gewundert ne hast du drüben irgendwas ja da geht es halt weiter mit dem Laser kann aber drüber springen kommst du her ja ich geh weiter tschüss ja geh mal weiter ich bleib nochmal nochmal hier im Notfall kann ich dich nämlich rüber holen deswegen oh Gott da ist ein Ende ja da ist ein Ende bringt den du stirbst ich wollte dich rüber holen aber gut okay dann bring ich ihn um wir müssen nur die Tür zur Kammer öffnen ja wir müssen nur eine scheiß Tür öffnen gut die keiner öffnen kann weil das Spiel hier zu viel unfair ist ne ach wir müssen nur noch die Motoren oben irgendwie anmachen im Dreck ja pf nur aber wie kriegen wir diese scheiß dinge an wir müssen erstmal da rüber mach mal du da ich will da rüber hey was war jetzt los du musst mir jetzt hier was braun spritzen na warte ne das machst du nicht das musst du hier machen ja jetzt muss einer von uns da runter springen mal auf den Knopf drücken mal auf den Knopf drücken ah ok und es muss ja wohin damit ja vielleicht unten ist das was ist denn das für ein Cube ist das hier so ein so ein Viereck achso nur ein Viereck äh das habe ich irgendwo habe ich das Viereck schon mal gesehen gehabt ja da auf der anderen Seite ich weiß wo nein ja viel Spaß beim hochkommen achso ja befeuchte feier so müssen wir da auf die andere Seite rüber so ist da irgendwie was ich weiß ich weiß es gerade nicht muss man da hinten zufälligerweise irgendwas reintun ja warte mal ich geh mal schnell rüber gucken also schnell hust hust also da hinten ja da drinnen aber wir müssen erstmal die Knöpfe hier aufmachen äh anmachen und wir da drüber kommen den Cube rein die Frage ist bloß wie machen wir jetzt hier die Dinger an wir können auch hier alles befeuchten einfach geht gar nicht das habe ich vorhin schon probiert das geht nicht das bringt nichts das bringt nichts das bringt nichts müssen wir vielleicht doch da durch warte ich leg den mal da unten hin ja da muss runter das weiß ich schon mal da bin ich mir hundertprozent sicher ja sonst ja hier sind Laserstrahlen das geht nicht ich kann da hinschauen ich kann das hier sehen da ist da fragt man sich echt wozu diese Dinger überhaupt gut sind wenn man da hin kann es sind ja bloß normale Cubes hier drüben gewesen ja jetzt mach dein scheiß Fatalwerk jetzt wo ich grad das sind ja hier normale Cubes nur ja ja da passiert ja auch nichts wenn man jetzt kommst du gar nicht durch wir müssen einfach diese Strecke hier befeuchten ja wir müssen jetzt hier rüber kommen ja 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 du musst jetzt dein Portal ein bisschen weiter nach da platzieren geht das oder noch weiter super ja ja okay komm mal hoch wir haben jetzt hier schon mal sowas aber hier fehlt halt hier fehlt ich glaub das wird eine lange Folge 1 2 3 Alter sind Laserstrahlen was hat das so be... auf der anderen Seite sind ja die Laserstrahlen vielleicht muss man die kaputt machen äh warte mal vielleicht mit einem Cube das... warte mal mach mal einfach nur aus Spaß holen wir uns jetzt mal einen Cube her ja drück mal drauf achso geht ja nicht bringt ja nichts du musst das rote nach da oben ja mach feier ich will ich will Ficker jetzt geh durch ich ne wir müssen ja gleichzeitig geh doch einfach durch man ah ich hab ei 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 ein ein nur ok du musst mir im Portal platzieren damit ich da wieder hoch komme weil das Teil rutscht einfach da runter ja ja geh noch mal durch geh noch mal durch mach mich noch mal ich bin ich bin hier wieder sterben jetzt muss ich ja so du wirst es dir aber jetzt muss ich überlegen ach ich hab ja sowieso kein ordentlich da hier hinsetzt oder was ja genau so aber es bringt ne Schwer mal gleichzeitig die Schalter betätigen müssen das heißt wir müssen uns noch mehr von diesen scheiß Cubes holen Hä wie hast du denn Hä Alter du bist doch doch eine Pflaume Hä warum Hä was hast du jetzt gemacht das Teil rutscht da diesen Berg da runter und ahhhh oh mein Gott ja toll wie komm ich jetzt wieder hoch wo mich mal bitte hoch so so jetzt sind wir noch kurz auf die andere Seite ja ich geh schon runter äh befeuchte das ganze du hast ja noch das gelbe ne warte mal ja ja ich mach schon ich mach schon ja ja keine Sorge hallo ja du musst schießen hä ich hab doch befeuchtet drück drück ich hab gerade befeucht da war es sogar schon gedrückt bei dir super dann nehme ich das Teil wieder mit du platzierst mir hier schon mal ein Portal ja hast du ja ich hab ok das rutscht jetzt renn 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 rechts 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 und 3 практически rechts zurück drück 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 thrück 2 push tatrl Bist du dir da gerade ernsthaft runtergefallen? Ja Ich glaube langsam, ihr wollt die Menschen gar nicht retten Ja, Mensch Hättest du nicht sterben sollen Das ist Nummer 1 Aber guck mal, was da passiert ist Ja, ich weiß Und wir müssen jetzt nochmal uns so ein Cube holen und den da drauf setzen Nein, können wir nicht Doch, weil er da drauf muss Wir können aber nicht, weil da eine Wand ist Achso, hä? Ähm, ja doch, das mach ich Achso, okay, das macht das Das war gerade irgendwie verbuggt Ah, okay Bleib mal da Okay, man stirbt sofort Man stirbt sofort Ach was Naja, vorhin brauchen sie 30 Schüsse, die du mal stirbst Und jetzt schießen sie einmal und bist sofort tot Also, die Logik of the Game ist wirklich, wirklich gut Oh, die sehen auch anders aus Achso Ja Stimmt Die sind schwarz Äh Die sind schwarz Ah, okay, okay, okay Kannst du da nicht durchlaufen Stimmt's Äh, ich glaub, das bringt nichts Ah, doch Okay, und was bringt das jetzt? Das bringt, dass ich das hier machen kann Okay Und jetzt? Jetzt wird die Wand da hinten angefeuchtet Ich weiß nicht, wozu man die überhaupt braucht Ach, seh, kein Sinn Hey, wir haben's geschafft Wir, wie kriegen wir diese Scheiß Jetzt mach ich's mal ohne Ah, ich hab' ne Idee Ich hab' ne Idee Ähm Ich hab' ne Idee Hast du das? Ja, ich hab' ne Idee Und zwar Kommt da nicht hoch Nee Oh doch, man kommt da hoch Hallo Freunde Ah, tot Jetzt komm, du mal rüber Ich glaub' ich hab's Ich bin hier So Ach Und zwar So Meine Damen und Herren Du versuchst mal dorthin zu gehen Mal gucken, ob Die werden sich Dich ja nicht treffen Dann schießt du einmal da hinten hin Und einmal da oben hin Ach ne, warte mal Ich muss ja drauf gehen So So Und da oben So, jetzt Geh rein Nein Ach, scheiße Nee, das ist noch Das ist falsch Äh Scheiße Ich hab' gedacht Ich hab' jetzt gedacht Dass man jetzt vielleicht Den Strahl nutzt Um das runterzubringen Weißt du? Jetzt Platz hier mal da oben Und da unten rein Damit die Schleim Da die Leute wegkickt Ja, ich bin ja Aber Jetzt kickt die Leute Da mit runter Du musst herkommen Du hast liegefotze Nein Doch Du kommst doch an deinem Scheißknopf dran Ja, mach ich ja Aber das bringt ja nichts Wenn ich kein Portal habe Um den Strahl weiterzubringen Deswegen musst du erstmal rüber Den Schleim runterbringen Rübergehen Und dann die Zügeportale setzen Komm her Komm her Komm her Komm her Komm rüber Okay Du setzt da Du setzt da ein Portal hin Und hier oben ein Portal hin Wenn sie sich da Einbieter So Jetzt Jetzt gehst du Auf diesen Punkt Genau Jetzt kann ich hier drücken Jetzt fließt das hier rüber Jetzt muss ich Rennen Muss ich hier rüber gehen Muss hier drücken Muss hier drücken Und jetzt musst du nur noch Pass Ähm Musst du mir sagen Wann ich wegmachen kann Muss man das? Weiß ich nicht Glaube ich mal schon Damit die Ja das sollte man Okay nochmal Damit die getroffen werden Außerdem muss ich das hier wegmachen Nö Ich kann hier auch einfach durch Gehen Ja Geh durch Musst du mir nur noch sagen Wann Oder machst du es so Oh alle Alles klar Wie viel Leben die einfach haben So Okay Dann gehen wir da rüber Siehste Da habe ich eine Sache auch mal richtig gemacht Ein ganzes Portal Projekt Einmal Einmal war ich auch mal schlau So Hier drüben wir mal Ich glaube jetzt brauchen wir Die Müsste erinnern wieder rüber Und dann müssen wir hier wieder befeuchten Ah Nee Du kannst doch einfach hier rüber laufen Ja stimmt Aber jetzt muss hier eine befeuchten Oder? Könnte gut möglich sein Nee Ich kann das auch Oder Oder? Warte mal Probier mal kurz So Nee Ach nee Bin ich dämlich Ja cool Und wie sollen wir jetzt da hinkommen? Ich weiß nicht Ich habe gerade lange Weile gehabt Ah Ja ähm Und jetzt Ja Ja Milber Inbessert Dein Versuch Die Sache ist nur Wie kommen wir hoch? Der Rest ist glaube ich einfach David Wäre mal runtergedrückt Oder David Oder Doch damit Wie sollen wir hochkommen? Also am besten nur irgendwo was oben ist David Oh keine Ahnung Oh Gott Achso Deswegen Ah okay Ich understand Geht das echt? Ja Und du musst jetzt Du müsstest jetzt Du müsstest Treffen Du musst dann auf das Springteil da drauf Sag einmal Ich glaube es geht los Oder Achso Ich habe gedacht Ich gehe jetzt einfach zur Seite Und gehe dort rein Deswegen soll es Ja das kannst du auch machen Wenn du es parkst Was lässt da? Ich komme bloß nie raus So Ah Jetzt musst du hier in die weiße Fläche Wir dran machen Genau Da bin ich jetzt drüben Yeah Und jetzt was ich dich dort unten Alleine Geil Ja Sieht auch so aus weil ich hier nichts machen kann Ach doch hier war mir hier ist ein Knopf Ja wir können zurück 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 zu unserer Mama Wir sind die Besten Jetzt sind wir fertig Wir sind am Arsch Wir sind am Ende der Welt Ja Juhu Das ist sehr voll Du musst nicht sagen Oh Die Kamera ist aus Hä Wo bist du? Komm rüber Junge Warten wir mal Hier ist noch ein Tor Ist es zu? Okay Es scheint es wohl Als ob er kurz AFK ist Wir haben hier zwei Tore Hm Hä Okay Anscheinend muss er sich kurz muten Das ist aber kein Problem Da stimmt was nicht Die Tür sollte sich öffnen Ja Das sind keine Menschen So ich bin wieder da Gehört die Kamera zum Schloss? Nee Wir müssen durch das Sicher Durch die Tore Hier bestimmt durch Versucht es Ey was sollen wir versuchen? Nicht aufgeben Hä? Aber doch weiter drauf Schießen Bitte in das Spring Was ist mit der Kamera? Ey die Kamera ist hier Der Mechanismus erkennt Dass ihr keine Menschen seid Ach nein Ach was Die müssen wir bestimmt Irgendwie vernichten Oder? Für das Schloss braucht man Menschen Ja und? Okay Blue Was hast du gemacht? Orange Macht dasselbe wie Blue Haha Ich setze Ja Wie dämlich ist das denn bitte? Ja Was war denn das? Ja ich dachte mir Vielleicht muss man Eine menschliche Bewegung machen Oh was passiert jetzt? Töt sich nicht gut an Irgendwie Oh scheiße Da kommen Menschen oder? Oh ne Das sind wir Sieht irgendwie schon geil aus Ja Es kommt noch Irgendwie ein Endgegen Oder sonst irgendwas Boah Was ist das? Was ist das? Alter Hä? Das sind Klone Ach so Die will bloß die Testobjekte Wissenschaft dankt euch Stop Stop Es gibt noch mehr Arbeit Was? Nein Nein Oh geh mal Oh Alles klar Was war jetzt los? Okay Sehen wir die Akten ein Hä? Ja aber So Zehnhundert verschiedene Namen Keine Teamplayer Kann man das irgendwie überspringen? Soziale Inkompetenz Ohohohohoho Ohohohoho Hä was? Unddiszipliniert Unddiszipliniert Alles Das sind bestimmt hier Credits oder? Ja ich schätze auch Nie pünktlich Das sind glaube ich echt Credits Schlechter Zuhörer Die Blöcke Dan Berger Ja reingekackt Dan Berger Häufiges Nichterscheinen David Ich glaube wir sind fertig Ich würde auch mal sagen Wir sind am Ende Die Jungs und Mädels da draußen Ich würde mal sagen Das war es jetzt mit dem Projekt Portal 2 Es war jetzt am Ende war es ein bisschen komisch Folgen das jetzt gerade Aber wenn jetzt hier wirklich noch tausende von Leuten kommen Würde mir jetzt am Sack gehen Ich glaube ich lasse es mal trotzdem vielleicht durchspielen Weil irgendwie Das ist alphabetisch Und wir sind ja gleich fertig Sieh Ja J Die Hälfte ungefähr J J Kl K 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 Ich glaube es gibt keinen der mit Kuh beginnt Also Bezweifle ich Wie viel mit J es gibt Hat Angst vor Nähe Wenn es jetzt wirklich von den Leuten wirklich so ne Angst wäre Wie viel mit J noch John Mercello 2 Alles klar Justin Skinner Kelly Aggressiv Mag ich Aggressiv das mag ich Alles klar Schüchtern Aber mit dem Ende hätte ich jetzt nicht gerechnet Liebt Schadenfreude Kein Selbstvertrauen N O P Q R S T U V W X Y Z Also 13 Buchstaben noch Unterschätzt Arbeitsumfang Tun sie alle Bewegt Lippen beim Lesen Analphabet Kein Mitgefühl Betrüger Der Oliver Aber man kann es wirklich nicht überspringen Zurück zum Spiel zum abgehen geht noch Ne ich will schon ganz durch haben Ja Kann ja sein was da noch was passiert Ja eben Schwarzseher Auch nicht schlecht Brandstifter Der Sergi Überzieht Mittagspause Taylor Sherman Das ist klar Also das macht glaube ich jeder gerne Aktuelle Aufgaben Nicht mehr lange Nicht mehr lange Oh wir sind ja gleich durch Gut das reicht zur Akte der ersten Person Sehen wir uns noch andere an Sehen wir uns noch andere an Oh jetzt müssen wir den ganzen Voices J.K. Simons Ich habe bloß niemals das Spiel irgendwie gespielt Deswegen weiß ich nicht mal wer dieser Cave John ist oder sowas Gibt es noch Eine Frau Face Model for Cell Wie gesagt ich habe das Spiel nie gespielt Ah ja Ich habe bloß den Multiplayer Das Spiel zwingt dich wirklich dazu Die Sache zu gucken Ehe Ehe Wer steckt auch dahinter Der Falcon of West Halt ATI ist glaube ich von Rollercooster NASA Ja Oh Polo Credit of Earth Thank you for In this Engineering Center Activity Willkommen zurück in Zinfo Es sind jetzt alle Teststrecken verfügbar Sie können die Tests um zu ihrem Vergnügen absolvieren Alles klar Und mit diesem Ende verabschiede ich mich von dieser Runde Es gibt ja noch ein Speziallevel Wer weiß ob wir das überhaupt machen Ja da guckst du dem nicht Ich bedanke mich für das Zuschauen Lasst einen Daumen nach oben Falls wir dieses Speziallevel vielleicht zeigen sollen Aber natürlich auch noch Ich bedanke mich natürlich für Enderman Für Enderman Bei Enderman Dass er überhaupt dabei war Und natürlich für Enderman Dass er es mit mir ausgehalten hat Ein herzliches Glück auf Und dann Bis zum nächsten Mal Sagt er immer das Wort Und Euer Ich glaube der Kopf Ja Enderman Tschüss Ciao Ciao